Hey Leute, heute mit einem Video zum Thema, sollte ich als Getrennter direkt nach der Trennung daten, um die Ex vergessen oder loslassen zu können? Das ist eine Frage, die ich sehr häufig höre und auch verschiedene Meinungen dazu kenne. Ihr steht nach der Trennung an unterschiedlichen Punkten. Das ist es, was ihr erstmal einschätzen müsst. Und das könnt ihr selbst meistens nicht, da ihr in so einer emotionalen Phase drinsteckt, dass ihr das große Ganze nicht erkennen könnt. Es gibt vor allem im Pick-up den Ansatz, dass ihr zehn andere Frauen sehr viel besser kennenlernen solltet, um über eure Ex hinwegzukommen. Der Gedanke dahinter ist, dass ihr merkt, dass sie nicht die Einzige ist und ihr mehr bzw. anderes, vielleicht sogar Besseres haben könnt. Der Punkt, an dem das scheitert, sind eure Gefühle. Denn ihr habt vermutlich eine starke Bindung zu eurer Ex, wenn die Beziehung länger als ein Jahr ging. Ich hatte sogar schon Leute hier, die aus ihrem Mangel heraus nach mehreren Wochen schon gefühlt an dem Punkt waren, den man generell vermeiden sollte. Sie ist die eine, ich werde nie wieder so eine Frau kennenlernen und und und. Dabei geht es um ihre subjektiven Gefühle, von denen sie denken, dass sie von dieser Frau ausgelöst werden. Das ist eine Halbwahrheit, da rational gesehen das Gefühl in ihrem Kopf ausgelöst wurde und sie sich die Frau dort auf ein Podest gesetzt haben. Wie beispielsweise ein Wolf, der von Menschen gefüttert wird und verlernt oder nie gelernt hat, in der Natur jagen zu gehen. Ohne die Frau verhungert man innerlich, da die Gefühle nicht mehr ausgelöst werden. Und man fixiert sich so darauf, dass man das große Ganze nicht mehr erkennen kann. Man blockiert sich selbst, indem man denkt, dass man exakt das braucht, was sie einem gegeben hat, um wieder dasselbe empfinden zu können. Dabei läuft sehr viel davon im eigenen Kopf ab und sie wird dem selbst nicht unbedingt gerecht. Jetzt kommt jemand her und erzählt ihnen, dass sie einfach zehn andere vögeln sollen und sie daraufhin merken werden, dass es ihnen besser gehen wird und sie sie vergessen werden. Das ist an so vielen Stellen einfach nur falsch. Nicht moralisch, macht doch was ihr wollt. Die, die sagen, sie wollen so nicht sein, sie sind kein Player, kein Fuckboy, ich hasse dieses Wort übrigens wie die Pest, oder sonst irgendwas, die sollten ebenfalls mal ihr Mindset überdenken. Denn diese Eigenschaften und dadurch die Möglichkeit darauf zu haben, eine Frau zu verführen, ist auch in einer Beziehung selbst wertvoll. Nur wo soll man sie gelernt haben, wenn man nicht so sein will. Um aber wieder auf den Punkt zurück zu kommen. Dass ihr die Ex durch andere vergessen könnt, ist auch faktisch ein Fehlschluss. Denn dadurch, dass ihr so auf die Ex fixiert seid, werdet ihr euch auch hier selbst blockieren. Ihr werdet unterbewusst nach dem suchen, was sie euch bieten konnte und keine andere wird euch genau dasselbe bieten können. Ihr seid emotional nicht offen für andere Frauen. Im Gegenteil, ihr bestätigt euch dadurch, dass sie nicht das auslösen kann, was ihr euch erhofft, nur noch weiter, dass die Ex etwas Besonderes für euch war. Also erreicht ihr das exakte Gegenteil von dem, was hier erreicht werden soll. Ja, ihr könnt irgendwann da ankommen, dass diese Art der Verarbeitung möglich ist. Das erfordert aber ein Mindset, welches eine One-Night ist oder solchen Schmerz aufgrund einer Trennung gar nicht mehr zulässt. Also wirklich die komplette Erfüllung als Einzelperson. Vollkommen unabhängig von Aufmerksamkeit, Bestätigung und so weiter von außen. In der Theorie ist das eine schöne Vorstellung. Nicht vergessen, ich rede hier von fehlender Abhängigkeit. Das heißt nicht, dass ihr keine anderen Menschen in eurem Leben haben sollt, sondern dass ihr auf Einzelpersonen angewiesen wärt. Was dieses Mindset quasi voraussetzt ist, dass ihr wisst, dass ihr zu jeder Zeit mit eurer Art gute und wertvolle Menschen in euer Leben ziehen könnt. Dass ihr diese um euch herum habt und wenn ein Platz frei wird, dieser wieder mit jemand Neuem besetzt werden kann. Und die Frage, ob man da angekommen ist, wenn ihr euch nach der Trennung so schlecht fühlt, dann seid ihr da nicht. Betonung auf so schlecht. Dass ihr euch schlecht fühlen werdet, ist nicht zu vermeiden. Aber auch bei besagtem Mindset wäre das nur ein kurzer Schmerz, der euch nicht so sehr belastet, dass ihr euren Selbstwert davon abhängig macht. Mir kommt da am ehesten folgendes Motto in den Sinn. Schade, dass es so gekommen ist. Es war eine schöne Zeit. Ich habe nichts gegen die Person, muss mich jetzt aber Neuem zuwenden und weiß, dass das gut werden wird. Dann, und nur dann, kann es Sinn machen, diese Taktik zu fahren. Aber dann werdet ihr es eigentlich nicht brauchen, um euch von dem Schmerz abzulenken. Denn dann könnt ihr diese Fülle und Bestätigung auch aus euch selbst herausziehen und es sollte nicht nötig sein, jetzt sei es Zeit dafür zu verschwenden, offen und aggressiv ins Dating zu gehen, was massiv Zeit kostet. Wenn man es nie gelernt hat, ist Pick-up hilfreich. Absolut, kann ich nur unterstreichen. Aber nicht in diesem Zustand. Denn gerade am Anfang bestätigt man sich dadurch sehr oft, was man nicht kann, statt zu was man fähig ist. Ihr müsst nur an die falschen Leute geraten und werdet euch schnell bestätigen, dass ihr abgelehnt werdet. Dabei wäre Ablehnung unter den richtigen Umständen etwas Gutes. Aber nicht, wenn ihr so tief im Mangel seid und Erfolgserlebnisse und Bestätigung eurer selbst braucht. Ihr macht quasi ein Glücksspiel aus eurem benötigten Glück. Und das sollte niemals das Ziel sein. Ihr könnt so viel mehr Kontrolle darüber haben, wie ihr euch entwickelt und solltet das nicht von außen abhängig machen. Ihr habt quasi dadurch dann den Fokus von eurer Ex auf willkürliche Menschen gesetzt, die ihr nicht mal kennt. Kann da jemand dabei sein, der euch bestätigt? Ja, auf jeden Fall. Aber selbst wenn. Es ist das Schlechteste, was ihr nach einer gescheiterten Beziehung machen könnt, direkt in eine neue Beziehung zu gehen. Stichpunkt Rebound. Das ist das Vorgehen, welches sich einer 22-jährigen Frau zuschreiben würde. Nicht um sie zu schämen, sondern weil von ihr noch nicht zu erwarten ist, dass sie reflektiert genug handelt und sie es durch ihre Optionen schwer haben wird, der Versuchung zu widerstehen, nach der Trennung erstmal komplett allein zu bleiben. Sie hat es zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt nötig. Das ist die gegenwärtige Einstellung dazu. Die Spätfolgen lasse ich hier mal außen vor. Tatsache ist, Männer sind keine Frauen und sie müssen Arbeit ins Dating stecken. Das heißt, wir haben hier wieder zwei Punkte. Einmal die Ablenkung von der persönlichen Entwicklung, die in der Zeit nötig und möglich wäre. Und dann die Tatsache, dass dieses ganze Unverarbeitete mit in eine mögliche nächste Beziehung geschleppt werden kann. Männer sagen sich nach sowas dann gerne mal, jetzt genieße ich erstmal mein Leben. Sie reden sich ein, dass sie Single bleiben wollen. Aber sie sind innerlich im Mangel und anfällig dafür, die Frau auf dem Podest einfach auszutauschen. Dabei müsste das Podest weg oder sie müssen sich selbst draufsetzen. Wenn man sich nach einer schweren Trennung direkt ins Dating stürzt, dann sind diese zwei Optionen am wahrscheinlichsten. Man blockiert sich selbst und festigt die Ex auf dem Podest oder man tauscht sie eins zu eins aus und landet wieder in einer Beziehung, die sich leicht von der anderen unterscheidet, aber am gleichen eigenen Mindset wie zuvor scheitert. Nicht die Frau, auf die man sich einschießt, ist daran schuld. Die Ablenkung von der nötigen Arbeit, Zeit und Energie, die man in sich selbst hätte stecken müssen, ist das Problem. Ich sage nicht, dass ihr euer Leben in eine Schublade stecken müsst und einen auf Mönch machen sollt. Im Gegenteil, ihr könnt vermutlich den Moment, in dem ihr wieder bereit wärt, euch tatsächlich zu öffnen, selbst nicht ganz genau einschätzen. Die Entscheidung liegt natürlich wie immer bei euch. Wichtig ist nur, dass ihr euch selbst nicht falsch einschätzt. Und Entscheidungen von solch einer Tragweite in einem emotionalen Moment zu treffen, führt meistens zu einem eher willkürlichen Ergebnis, welches ihr aber nicht unter Kontrolle habt. Selbst die Möglichkeiten, die ihr fühlt, können nur von kurzer Dauer sein. Achtet in der ersten Zeit nach der Trennung auf euch. Und kommt so gut es geht aus dem Mangel raus. Wenn euch durch eure hochgezogenen Säulen des Lebens eine Frau in freier Wildbahn über den Weg laufen sollte, dann verschließt euch vielleicht nicht unbedingt davor. Ihr könntet schon soweit sein, wenn ihr auf euch geachtet habt und ein bisschen Zeit vergangen ist. Aber das wird deutlich seltener passieren, als wenn ihr euch aus dem Mangel heraus auf Tinder anmeldet. Genau wie dort eigentlich ein stetiger Mangel herrscht. Auch bei eurem Gegenüber. Sei das ein Mangel an Aufmerksamkeit oder ob diese Frau wirklich bereit dafür wäre. Die Chancen sind statistisch sehr viel höher, wenn ohne einen Mangel zu haben auf einmal Anziehung zwischen zwei Menschen empfunden wird, die sich zufällig über den Weg gelaufen sind, durch Freunde miteinander in Kontakt gekommen sind oder die durch gemeinsame Interessen zusammengefunden haben. Ihr braucht theoretisch keine gemeinsamen Interessen für eine Beziehung. Die Anziehung tut ihr Übriges und es wird sich an einen Frame angepasst, deswegen sowieso plötzlich alles interessant fürs Gegenüber wird, was ihr gut findet. Zumindest, wenn die Anziehung wirklich hoch ist. Aber an der Stelle achtet darauf, ob ihr noch einen Mangel verspürt. Es gibt so viele Videos auf dem Kanal dazu. Ob zum Mangel selbst, dem Alleinsein, Einsamkeit und so weiter. Datet nicht, wenn ihr das habt. Denn die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung von außen ist nicht so nachhaltig wie das langfristige, was ihr euch selbst geben könnt, wenn ihr euch eine Grundlage aufgebaut habt. Das könnt ihr während der Beziehung weiterführen und mit eurem sozialen Kreis teilen. Ihr entsprecht dann einem Mehrwert für alle, weswegen sie euch auch mehr zu bieten haben werden und das auch können. Und es kostet euch nicht mehr so viel Kraft. Die Verlustängste werden schwinden und ihr verfallt nicht mehr so schnell in One-Night-Is. Euer Fokus liegt auf euch. Wenn ihr euch dessen hundertprozentig sicher seid und Kapazitäten zu entbehren habt, dann könnt ihr wieder daten. Denn dann wollt ihr tatsächlich etwas, was ihr mit dieser neuen Einstellung und Position im Leben haben könnt und achtet auf rote Flaggen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.